So Leute, Mikey und ich, ihr seht schon, unsere erste Runde, aber machen wir eigentlich hier irgendwelche Ambots. Wo sieht man hier die erste Runde? Du siehst, dass du noch keine XP hast, du Vollhonk. Ah ja. Yo, der Battle-Barber. Alter, was ist denn hier los jetzt? Jetzt ist hier pingig. Tiltz ist noch da. Was? Aber Tiltz ist immer noch kaputt. Das wird erst wieder aufgebaut. Okay. Wir werden einfach performen, diese Runde. Das ist so gut. Einfach krass sein. Wie noch nie zuvor, Mikey. Wie noch nie zuvor? Ja. Nicht der ewige Zweite sein, sondern vielleicht auch mal Erster oder Dritte? Ich weiß. Oh, ich hab voll verkackt beim Fliegen. Fängt doch schon wieder. Wollen wir das anwenden. Ich hab die neue Sniper. Ja, ich weiß nie, bevor, die patchen irgendwie alles raus und dann wieder rein. Ey, ich hab ne neue Pumpgun, zweifach Schrotschuss, finde. Schrotschuss, finde? Ne, zweifach Schuss. Ah, zweifach Schrot, finde ich. Das ist wie ein Doppelpump, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Digger, ich schieß einfach aus Entfernung. Also, ich versuch grad aus Entfernung. So Sniper, aber ich sehe ja die Gegner nicht, weil der gerade alles explodiert ist. Schaden. Komm, Mikey, lass dich hier so ein bisschen pushen, oder? Ja. Hier, die eine von den sieben ist immer noch hier. Ach, das ist ein Bot, Alter. Vor mir. Der rebootet sein Mate. Warte. Hat der nicht gesagt? Ich glaube, er hat das gemerkt, ja. Ne, ran weg. 48er. Wo ist er? Achso. Boah, ich kann ihn nicht richtig ärgern. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Er chillt ja irgendwo. Oder nicht? Boah, die Doppel-Schrot-Blinder, Alter. Ist die gut? Junge, aber die ist scheiße. Ja, weiß ich nicht, irgendwie nicht. Irgendwie war er plötzlich doch tot. Ich weiß es nicht, ich hab's hier nicht verstanden. Ja, nicht schlecht ist sie, aber ich war halt genau in ihm drin und hab halt auch volle Kaminone in ihn reingeballert. Ihr seid gefühlt auch überall schon gelootet. Ihr seid ja auch alles schon explodiert und alles. Ja, da hinten ist noch ein bisschen. Oh, Alter, unser Gaming-Setup. So haben die das nachgebaut. Dürfen die das? Nee. Ja. Nein. Die Spaß kannst du nehmen. Ich nehm die andere, die neue. Die Ehre. Ich hab aber ne blaue neue. Ja, okay, die nehm ich aber. Mankin, jetzt essen für dich. Oh ja. Geil. Junge, der Typ war ja so schlecht. Der hat mir ja nicht mehr Damage gemacht. Ich hab jetzt schon so viel abgebaut und hab trotzdem noch nicht viel Metz. Also noch nicht mehr ansatzweise viele Metz auch. Ich hab praktisch gar nichts. Ich habe 200, 100, 900. Wir fahren jetzt Zone-Making gleich. Okay, wer meins. Steig in mein schwarzen Lambo, den ich von meinem YouTube-Money finanziert habe. Ey, ich hab ein viel fettere Lambo. Guck mal. Ah, meiner ist schwarze Junge. Du hast so einen bunten. Ja eben, der ist doch geil, ne? Erstmal tanken gehen für 2,39. Oh mein Gott. Der war so toll. Hey, wir sind einfach auch so teure Tankpreise dran gemacht haben. Oh, guck mal. Oh, guck mal, zwei Schlörfische. Oh, Saufpacks, die gibt's ja auch wieder. Saufi, Saufi. Viking säuft richtig hart. Er ist ein Saufautomat. Die Sonne kommt. Wo ist mein Lambo? Hey, du hast nur... Nein. Get-tuned. Komm, steig ein. Geil. Hallo, Wolfi. Wolfi kann man reiten jetzt, ne? Man kann Tiere jetzt reiten, ist cool. Oh, doch. Wieso, aber du willst nicht Volke reiten, oder? Warum nicht? Also, wir sind ja nur Grabe, Alter. What the fuck? Was ist, ob's Vorhaben? Wolfi kann uns dann helfen. Stimmt, was kann Wolfi dann? Kann die irgendwas? Ja, die frisst halt Gegner. Lass uns kurz hier noch ein bisschen Holz farmen. Schmackhaft. Oh, Alter, Alter. Schlüssel vor mir. Na, na. Der hinter mir. Ja, der vorne halt. Von hinten. Ich habe ja kurz den Lambo nach oben gefahren. Ich wollte ich, Alter. Ey, ich seh's halt nicht. Oh, nee, die Sonne. Liga, von wo? Ja, von da unten. Ich seh sie nicht. Warte, lass mich mal snipen, ich will mir das snipen. Achtung, Granate, ne? Hättest du halt vorher sagen müssen. Von wo kann ich dann Nades, bitte? Oh, mein, ich guck mal, was ich habe. Ja. Alter, ein Stein. Mit dem kann man richtig verdämmert schaffen. Oh, Juni, den Hamburg ist ja voll Schrott gegangen. Ah, mein Auto? Oh, das war teuer. Das habe ich in der Schweiz gekauft. Der Ronnymoor. Oh, der Stein, der Stein, der Stein. Triff doch den Stein. Nein, der bremst uns doch voll. Ach so, oh. Eingeparkt. Perfekt. Oh, eine blaue Tiste, lol. Gibt es die noch? Lol. Darf ich die? Ja, kannst du. Ich habe ja schon die andere jetzt noch. Ey, hier liegt überall ein Loop. Das ist sehr sass hier alles. Ist doch eine Falle. Gestellt von Menschen. Ja, von der halben Map wahrscheinlich. Trägt ein. Oh, Alter. Ja, genau, Alter. Ganz, ganz. Oh. Perfekt, ich komme jetzt hier hoch. Unten. Aua, von wo? Da ist noch ein zweiter. Push ihn, er pusht. Parbein? Ja, er wollte dich loskommen. Ah, hinter mir. Nein. Nein. Oh mein Gott, ich war so low. Wieso? Aber siebt, ey, gar nicht so schlecht. Da mache ich noch nicht, ich bin hier so lange gewesen. Ja, Leute, wir stürzen uns wieder in den Tod. Ja, wobei das übeldumme. Oh, no shit, Sherlock. Im Halsmaul. Ey, wenn wir hier noch so viel Runden spielen, wo wir immer sterben, mache ich aber so einen Zusammenschnitt, wie wir so sagen, jo, wir gehen jetzt runter und dann tot, tot, tot und dann wieder. Wir gehen runter, Leute, und dann tot, 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 tot. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Oh, nooo. Oh, nooo. Oh, nooo. Oh, nooo. Ich bin tot. Das wurde es einfach umgefahren. Ich bin maximal befordert. Hä? Wie, Lösung haben wir nur so schwitzen? Was ist denn los? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ja, okay. Ja, was wirst du machen? Ja, ich bin locker. Oh, er hatte ich noch hops genommen dazu, alter 11 kills, ja, moin, chill, moin, ne. Wer ist das cool? Was, darf ich zuerst noch den Mini? Wir sind noch mehr Gegner. Oh, der eine ist low, der eine ist low. Alter, was, wie ist das? Der eine war low. Wir gehen hier runter nach, wie heißt das? Thundercanion, Alter. Letzte Runde, voraussichtlich, mit dem Win. Wir müssen aber auf Ansage hin sagen. Auf Ansage werden wir jetzt win 0. Ja, wie gesagt. Oh, ist mit der halbe Server mit, Junge. Boah, halt wirklich schon fast der ganze. Zwei Leute, Junge. Nein, Gott. Aber das können ja auch Bots sein. Nee, glaub ich nicht, Digga. Wir sind die einzigen Bots hier. Okay? Ey, wir sind keine Bots, Junge, wir sind einfach... Wir sind einfach Schatz. Ne, wir sind einfach zu stark für das Spiel. Ach stimmt, ja, war ja was. Ja, ihr müsst wissen, Apple Games hat uns geschrieben, von wegen, ja, Digga, ihr seid zu gut, bitte. Seid mal ein bisschen schlechter. Ja, wir spielen jetzt blind halt, das ist so die Challenge, die sie uns gestellt haben. Wir haben die Augen zu. Ja, genau. Also, wir... Leider hatten gerade meine Facecam kein Achtung, sonst könnten wir euch das natürlich zeigen. Und ich habe schon einen Schuss. Ja, ich auch. Hä? Wie look, kann ich eine Treppe unter dem Boden bauen? Was macht das für einen Sinn? Ja, das ist Fortnite-Logik. Tja. Wie der Shotgun sich einmal schon gefunden habe. Deine Slow. Hä? Von hinten! Ich check gar nichts mehr. Wo sind wir hin? Okay, ich bring mich mal auf Position, ne? Ich bin ja hier Profisniper. Ich habe eine Idee, wir machen einen Attentat. Okay, ich bin dabei. Nee. Oh, Alter. Oh mein Gott. Das ist über dem Van, der baut. Ja, siehs. Der hat eine Heavy, da habe ich Angst vor. Ja, die war. Der macht mich halt gewohnt. Oh, oh. Nates! Ja, aber die gehen zurück. Die prallen ab. Mega, die eines lag neben hier. Geil, dass keiner den Busch nicht getroffen haben. Oh, ne. Ganz nett. Okay, warte. Einer hat nen Hit. Ne, ich sehe nicht so. Also... Einer ist... Einer ist... Einer ist... Hinter mir, offen mir, drauf mir, drauf. Der... Beide, low, beide, low, beide, low. Finish, finish, finish. Mike! Bin da. Der heilt sich, der heilt sich mit Wetter. Ich bin hinter der Tür. Hinter der Ecke. Hinter der Ecke. Rechts, rechts jetzt. Links. Nein, what! Also, ich habe einen noch genockt, aber der wie schnell der andere tot... Dings, wie ich... Also, ja. Der, alter, viel gute Nacht. Tschüss. Also, alle vier gerückt? Ja. Ja. Okay, dann ich auch. Leute, jetzt seht ihr Black Screen. Das ist auch immer ganz schön. Oh, mein UBS ist abgeschmiert, Alter. Perfekt, Digga. Leute, das war's mit diesem Video. Schaut bei Red vorbei. Unbedingt. Lasst ein Like oder ein Abo da und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüs. Tschüs. Wusstest du denn auch nicht, es geht gut, das hab ich, gut, das hab ich, gut, das hab ich, es geht gut. Das hab ich, es geht gut, das hab ich, ich, boah, ich, hab sie, falsches.